Hallo und herzlich willkommen zur Leuchtmasse, dem Uhren-Podcast mit Ralf. Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. So, heute geht es ein bisschen um die, natürlich die Watchers & Wonders, die Neuvorstellungen. Ich habe ein bisschen mehr Zeit gehabt, dass sich das alles so ein bisschen gesetzt hat bei mir. Ich habe ab und zu ein bisschen auf YouTube geschaut und gesehen, was die anderen Leute dort so vorstellen, die On-the-Rist-In-the-Metal-Videos quasi, wo man die Uhren auch mal im Video sieht und zwar nicht nur auf den Demonstrationsvideos, sondern richtig normal gefilmt mit irgendwelchen Mobiltelefonen oder aber auch kleinen Kameras und sonstigen Sachen, dass man sehen kann, wie die Uhr in der Natur aussehen würde. Tja, und was denke ich jetzt so? Ja, also erstmal wieder zurück auf den großen Platzhirsch zu kommen, die Rolex-Releases. Da gibt es geteilte Meinungen. Also wir haben da einige Leute, die sagen, ach, das war ja wieder komplett langweilig, blödes, langweiliges Release. Die müssen nicht viel releasen, die verkaufen ja noch viel. Deswegen, der Markt ist noch heiß genug, ohne dass sie jetzt irgendwelche neuen Modelle auf den Markt werfen müssten. Also zum Beispiel die GMT Master 2 Coke, also mit der schwarz-roten Linette. Die hat jetzt quasi, was einige Leute Diet Coke nennen, also die Cola Light, das hat jetzt Tudor auf den Markt gebracht mit der Black Bay 58 GMT. Eine extrem schöne Uhr, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich muss mir die wirklich mal in echt anschauen und mal sehen, ob ich die wirklich dann gegebenenfalls auch in Betracht sehen kann für mich selber. Also denn ich liebe ja GMT-Uhren. Die GMT Master 2 von Rolex, die neue, die schwarz-graue, also quasi die neue Variante der schwarzen Linette ist jetzt schwarz-grau, auch mit den grünen Zeigern. Das heißt, da sieht man also das, wo die Uhr herkommt. Das ist also eine neue, eine neue Veröffentlichung quasi der alten schwarzen, komplett schwarzen Linette. Ja, ist ein bisschen langweilig, weil es dann schon so quasi bekannt war. Es ist nichts Neues an dieser Uhr. Man hat die Uhr so ja schon gesehen. Es ist halt nur eine neue Linettenfarbe. Das war's. Und natürlich die Hände in dem Sinne. Aber ansonsten, das war's. Da ist nichts Neues dran. Das ist die GMT Master 2. Wird die ein Hit? Wollen die jetzt alle Leute haben? Ich glaube nicht, denn das ist so eine, so eine wie die schwarze Variante. Die war beliebt. Viele Leute finden die die schönste Variante, aber die meisten Leute haben eher die Pepsi oder die Batman in Betracht gezogen. Und deswegen denke ich, wird die Uhr sich gut verkaufen? Nimmt vielleicht ein bisschen Druck weg von den anderen zwei Modellen, weil sie vielleicht etwas leichter verfügbar sein wird? Und das ist ja auch gut so. Es teilt sich dann halt ein bisschen besser auf. Ist ja auch nett. Ich glaube, ebenso hat man zum Beispiel keine Explorer 1 mit einem weißen Blatt auf den Markt gebracht, weil sie brauchen es nicht. Die Explorer 1 mit schwarzem Blatt verkauft sich noch prächtig. Das heißt, wir brauchen derzeit keinen neuen Hype. Wir brauchen gar nichts Neues, Besonderes dort auf den Markt bringen von der Rolex Perspektive. Die 1908 in Platinum jetzt mit diesem Geoché Ziffernblatt finde ich persönlich absoluter Wahnsinn. Ich finde die super schön und ich finde es extrem toll, dass wir das von Rolex sehen, dass wir ein Geoché da sehen, handgefertigtes Geoché. Ist für mich, ja, wie gesagt, ein Knaller. Und ich finde die Uhr auch super. Ich glaube, dass ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ja, die Uhr ist langweilig, die finde ich blöd. Ich glaube, damit haben sie es jetzt wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen hier bei Rolex. Das ist die 1908 Variante, die, ich glaube, auch die anderen Varianten mit sich hochzieht. Die schwarze und mit dem schwarzen Blatt und mit dem Welle mitgezogen, denke ich. Das wird, das wird gut sein für diese, diese Kollektion. Aber wie gesagt, ich finde es eine tolle, tolle, ein tolles Release. Ich muss noch mal schauen. Ich meine, auch, auch, auch schön zu sehen, dass wir halt diese Silikonfeder drin haben. Das ist super. Das hat man sonst, ja, bei den anderen Varianten, also bei den Herrenvarianten gibt es ja nicht so viele davon. Das hat man ja, ist ja nur bei den Lady Datejust. Der Preis, gut, das ist nicht unbedeutend. 30 oder 31.000 Dollar sind das. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das in Schweizer Franken sind, habe ich vergessen. Gucken wir jetzt einfach mal nach. 31.000 sind USD in CFR. 28.000 Schweizer Fränkchen. Okay, würde ich sagen, ist eine, ist eine, ein vernünftiger Preis für eine Platinuhr mit dem Geoche Dial, äh, Ziffernblatt, sorry. Und das macht Sinn. Schöneres Uhrwerk, ja, würde man sich wünschen, ein bisschen mehr Handarbeit, aber na gut, man bekommt bei Rolex, was man bekommt. Robuste Handarbeit, äh, robuste, robuste Arbeit, nicht sonderlich viel Handarbeit, aber hier zum Beispiel mit dem, mit dem Ziffernblatt, doch einiges handgefertigt. Ähm, also deswegen denke ich, ist die, also ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Rolex in dem, in dem Preissegment mit, 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 äh, einem Platinum-Gehäuse. Ähm, hm. Wenn ich mir dazu jetzt kurz, ähm, vom Preis her, äh, gehe ich einfach mal ein bisschen seitwärts hier, und zwar bei IWC. Bei IWC, äh, fand ich die, die neue Obsidian Black Uhr, ähm, Obsidian Schwarz. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Mal gucken, wie das auf Deutsch übersetzt wird. Ähm, muss ich ja nachher nochmal schauen. Auf jeden Fall diese schwarze Uhr, die portugiese Automatik in 42 Millimetern. Als Beispiel, nehmen wir uns die mal an, die ist neu vorgestellt worden, mit dem unglaublich schönen, ähm, rosé-goldenen, ähm, ist das rosé-gold oder gelb-gold? Ach, Mensch, ich bin wieder nicht gut vorbereitet. Ähm, auf jeden Fall ist das ein, ähm, ein schönes goldenes Gehäuse, mit goldenen Zeigern, goldenen Indizes, goldenen, äh, bedruckten, ähm, Subdials. Datum, sogar die Datumsscheibe ist schwarz, mit goldenen, ähm, Aufdruck. Hervorragend gemacht. Sieht wunderschön aus. Hat ein tolles, ähm, Uhrwerk drin, mit acht Tage Gangreserve. Also, man kann sich da wirklich nicht viel mehr wünschen. 42, die, ähm, Millimeter, ähm, 42,4 Millimeter Durchmesser. Super cool. Ich finde die Uhr super schick. Ist knapp 13 Millimeter. hoch. Das heißt, es ist ein bisschen größer, aber trägt sich ganz gut. Ich habe die mal anprobiert, ähm, vor ein paar Tagen im Flughafen. Äh, bloß halt nicht in schwarz, sondern mit dem Stahlgehäuse. Ja, aber die Frage bleibt jetzt. Für den Preis. 25.000 Schweizer Franken für diese IWC. Ha. Oder lege ich dann einfach noch 3.000 Schweizer Franken drauf und habe die Rolex in Platin. Wenn ich sie denn bekommen kann. Das ist natürlich immer die große Frage. Wenn ich sie bekommen kann für den Verkaufspreis. Also, wenn ich die zum Listenpreis bekommen kann, dann würde ich persönlich denken, dann nehme ich doch die Platin Rolex. Ähm, und zwar nicht, weil IWC nicht, ähm, eine hervorragende Uhr ist. Ist wahrscheinlich sogar, würde ich sagen, fast gleichwertig von der Uhrmacher, ähm, Leistung da. Mit einem Acht-Tage-Uhrwerk drin und natürlich auch ein goldenes Gehäuse oder halt kein Platinum-Gehäuse, aber ein goldenes Gehäuse. Aber es ist eine IWC. Für mich ist eine IWC noch vom, vom Uhrmacher-Level, also von, besonders bei den Uhren, die halt jetzt keine besonderen Komplikationen haben, schon, ja, ein Level unter Rolex noch. Obwohl das ja vielleicht nicht gerechtfertigt ist, aber das ist so in meiner Wahrnehmung schon ein bisschen unter Rolex. So ist jetzt also diese Uhr überteuert. Ich denke, ja, die IWC ist zu teuer. Ähm, selbst für das Goldgehäuse, denke ich, wenn man jetzt die Konkurrenz von, von Rolex sieht, mit einer Uhr, die an einem Lederband ausgeliefert wird, dann ist das schwer zu schlucken. Ähm, ja, ist einfach ein bisschen zu viel. Und da denke ich, hat man in der gesamten Richemont-Gruppe so ein bisschen derzeit, ähm, Problem. Man, 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 man erhöht die Preise bei GLC, bei Vacheron Constantin, hier bei IWC und bei anderen, ähm, Marken der Gruppe, wo ich denke, da ist man ein bisschen, hängt man sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster raus. Die neue Piaget zum Beispiel auch, die wunderschöne Uhr. Aber ein bisschen zu teuer. Also das ist einfach ein bisschen zu viel. Ähm, Cartier hält da sich noch ein bisschen zurück, finde ich. Das ist ganz gut, denn, ähm, dort kann man dann schon noch, naja, ich fände es auch ein bisschen teuer geworden, aber ist nicht so schlimm. Ähm, allerdings hat man da natürlich auch einen ganz anderen Uhrmacherwert zum Teil bei diesen Uhren. Ähm, das ist mehr aufs Gehäuse und das Bracelet irgendwie gezielt, aber das ist auch trotzdem gute Uhren dort. Ähm, die neue Dual Time, äh, Santos Dumont ist superschön. Ich finde da generell die normale, äh, Santos einfach schön. Äh, ist eine tolle Uhr, die einfach nur ein Vergnügen ist zu tragen. Ähm, ich habe keine, aber ich denke, ich hätte, irgendwann hätte ich auch mal gerne eine für, für eine gewisse Zeit. Und wenn man sich das so anschaut, diese Preise dort, ha, das ist, äh, es ist, ich finde das einfach dann ein bisschen schwer. Ähm, Zenith hat jetzt seine neuen, ähm, ähm, Uhren rausgebracht, die neue Chrono, die, ähm, Skyline Chrono, ne, sorry, die Skyline Chronograph, auch eine sehr, sehr schicke Uhr. Ähm, finde ich schön, da hat man einen guten Preislevel gefunden, wobei ich denke, bei Zenith bekommt man gegebenenfalls noch ein bisschen Rabatt, wenn es, äh, wenn es nicht mehr so heiß ist, die Uhr hoffe ich jedenfalls mal. Ist also sehr angenehm. Ähm, ähm, Heuer hat die neue, ähm, Carrera Glasbox auf den Markt gebracht mit 39 Millimetern, äh, Durchmessern. Sehr schöne Uhr mit dem silbernen Ziffernblatt, den schwarzen, ähm, ähm, Subdials und dem, ähm, der schwarzen Lünette. Sieht sehr, sehr schick aus. Und was man jetzt dazu noch gemacht hat, ähm, natürlich auch das Inhouse-Movement, das Heuer 02 haben sie da drin. Ähm, ähm, und was ich jetzt ganz besonders schön finde, sie haben ein, äh, Stahlband jetzt im Angebot. Warum das Stahlband keinen Quick-Release hat, das erklärt mir mal einer, wenn man ein neues Stahlband in 2024 auf den Markt bringt, dann muss das eine schnell, ein schnell, ein schnell, nicht schnell Verschluss haben, sondern eine schnell Schließe da an den, an den, an den, an den Lacks, also an den Hörnern. Das, das geht gar nicht, dass man da jetzt noch eine Uhr mit ganz normalen, äh, Feder, Federdingern da, äh, auf den Markt bringt, das ist nichts. Also das finde ich irgendwie ein bisschen schade, wobei das, ähm, ähm, Armband selber mir sehr gut gefällt. Also das ist recht schön. Äh, und ich finde es auch gut, dass dieses Modell endlich mal ein vernünftiges Stahlarmband bekommt. Also das ist, ist, ist eine nette Sache. Ich wünschte mir ein bisschen, dass ich das ein bisschen mehr verjüngen würde. Äh, ja, ähm, die hatten ja mal eine Zeit lang bei den Vintage-Uhren von, von heuer hatten, die Gay Freer. Gay Freer ist ein, ähm, eigentlich wird fast behaupten, einer der besten, ähm, Stahlarmbandhersteller oder Metallarmbandhersteller, die es jemals gegeben hat. Die sind, ich glaube, immer noch aktiv, gehören aber zu Rolex. Die stellen wohl immer noch für einige Marken, Uhren her, ähm, Armbänder her, aber das ist irgendwie alles irgendwie hasch-hasch und unter der, unter der Hand. Ich weiß es nicht so genau. Aber, ähm, für mich Gay Freer, äh, Gay Freer ist, ist so eine, so eine, das waren so, diese, diese Armbänder, die waren einfach auf einem ganz anderen Level qualitätsmäßig. Und da hätte man vielleicht, denke ich, von, von heuer so ein bisschen mehr reinbringen können, ähm, von dieser alten Qualität, dass man sagt, wir machen jetzt nicht nur ein normales Armband, sondern ein wirklich, wirklich tolles Armband. Und man hat ja da die Erfahrung in-house, also bei der Louis Vuitton, Moet & Hennessy Gruppe, man hat ja da mit Hublot und Zenit, die haben ja schon schnell Verschlüsse auch in ihren Stahlarmbändern. Das heißt, man kann das, wenn man das will. Man hat dieses Know-how in-house quasi. Ja, schade. Ähm, ein bisschen eine verpasste Chance, aber immerhin ist es, äh, ein schönes Armband. Es sieht toll aus auf, auf, auf dieser Uhr und, äh, ich mag das sehr gerne. Die anderen IWC, ähm, Releases, die ich gesehen habe, also mit dem, mit der Dune, dieser Sandfarben, Farbe und dem Horizon Blue sind auch extrem schön. Man hat da wirklich tolle Uhren. Der neuen, ähm, äh, Perpetual Calendar 44, also der ewige Kalender 44 mm. Super, super schön sieht das aus in der Farbe. Auch mit dem neuen Band dran. Ah, ich, ich muss schon sagen, also da hat man, hat man schon ordentlich was hinbekommen. Und man, ich finde es schön, dass wir da auch wieder diese, mehr, diese Santoni Bänder sehen. Die finde ich sehr, sehr angenehm von Santoni, dem italienischen Leder, der Lederfirma aus Italien. Superschöne Bänder dran. Ähm, eine schöne Uhr, dieses, dieses Blau ist so ein bisschen Himmelblau, aber mit, mit dem Sonnenschliff dran, ist, also es hat was. Es ist für mich eine sehr, sehr schöne Uhr. Ähm, die Dune, also die sandfarbene Farbe, die so ein blasses Gold quasi ist, äh, auch so ein bisschen für mich. So sieht es für mich aus. Ist, ist schick. Ist auch sehr schick. Gefällt mir auch gut. Bisschen wenig Kontrast zwischen den Händen und dem, dem, dem Ziffernblatt. Äh, aber das muss man halt auch in echt sehen, ob das wirklich so ist oder ob das nur auf den Fotos so erscheint. Ähm, ja, wo wir gerade über, äh, wie heißt es, äh, ja, Armbänder reden? Wer hat mich mit Armbändern überrascht? Patek Philipp? Ja, was ist denn da geschehen? Wir haben einen neuen Worldtimer, der, ähm, ja, ein Instagram-Mensch das beschrieben hat, ein Armband hat, das aus Jeansstoff besteht und dieser Jeansstoff ist aus Thierry Sterns alten, getragenen Levi's. Das ist natürlich nicht, nicht der Fall, aber, ähm, war ein guter Witz. Ja, okay. Auf jeden Fall haben wir da einen Denim, Denim-Leder, äh, Leder, ein, 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 sorry, ne? Ein Textil-Armband mit Denim drauf, was es heißt, mit Jeansstoff. Und das sieht richtig cool und jung aus. Und das passt auch extrem gut zu dem, ähm, Gioche, ähm, Dial für diesen Worldtimer, der Patek Philipp. Das ist die 5330G. Äh, auch ein neues Kaliber drauf, mit dem, hat alles Mögliche, also Weltzeit, 24 Stunden, Tages- und Nachtanzeige für jede Zeitzone. Ähm, es ist, äh, wirklich absolut cool. Ähm, hat auch, was haben die noch, ähm, ähm, äh, ja, das Datum, das ist neu für dieses Uhrwerk. Wir haben das Datum mit so einem, äh, Pointer-Date, aber das, das ist, äh, interessanterweise sieht es gar nicht so aus wie so ein Zeiger-Datum. Es sieht so aus, weil da, der, 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 die Hand ist auch, glaube ich, mit Saphir-Glas gemacht. Und das heißt, man sieht nur diesen, diesen, äh, Zeiger quasi auf der Außenseite des Datums herum, ähm, ähm, wandern. Allerdings sieht man nicht wirklich diesen, diesen leicht, diesen volltransparenten Zeiger. Das ist also ganz nett gemacht. Ähm, aber na gut, es, ähm, ist, ähm, eine interessante Uhr. Es ist eine sehr schöne Uhr. Es ist eine jugendliche Uhr. Und das von Patrick Philipp zu sehen, ist schön, dass wir auch dort ein bisschen versuchen, ein bisschen jugendlicher, ein bisschen frischer zu werden, um halt auch ihre anderen Nicht-Nautilus-Uhren und Nicht-Aquanaut-Uhren irgendwie ein bisschen attraktiver zu machen für die, ähm, jüngeren Leute, die nicht unbedingt auf die altbackenen, äh, oder mehr altbackenen Calatravas oder Dress-Uhren quasi stehen. Ähm, ja. Gangreserve haben wir auch da eine wunderbar, äh, unzeitengemäße 38 bis 48 Stunden. Aber na gut, was wir machen, ist Patrick Philipp. Äh, und die sagen auch immer so eine schöne von bis mit einem 10-Stunden-Intervall. Also ich weiß nicht, was man davon halten soll. Entweder hat es 48 Stunden oder 38 Stunden. Aber zu sagen, naja, von 38 bis 48 Stunden Gangreserve ist ein bisschen, keine Ahnung, was das, äh, was, was man damit bezweckt, sowas an, so anzugeben. Naja, ähm, kommen wir nochmal kurz auf die Cantos, äh, Cantos, Cartier-Santos, jetzt habe ich das Wort zusammengemuschelt hier, das heißt die Cantos. Die ist Cartier-Santos, äh, Dual-Time. Sorry, die heißt komplett Cartier-Santos de Cartier-Dual-Time. Ja, kein einfacher Name. Und die sieht auch sehr, sehr schön aus. Hat halt diese, ähm, zwei Zeitzonen-Anzeige mit einem kleinen, ähm, Display auf 6 Uhr, wo man dann halt nochmal eine kleine Stundeneinzeige hat. Finde ich ganz süß gemacht. Ähm, ja, haben wir da noch eine Tages- und Nachtanzeige? Ja, das haben wir. Auf der 6 Uhr Position ist so ein kleiner, so ein kleiner Punkt. Auf der 12 Uhr Position der 6, des 6 Uhr Subdials haben wir so einen kleinen weißen Punkt, der dann auch Tag und Nacht anzeigt von der zweiten Zeitzone. Das heißt also, wenn man reist und man ist unterwegs und man schaut auf die, auf die kleinen, auf den kleinen Subteil, dann sieht man, ja, es ist 6 Uhr und es ist Nacht in der Heimat. Das heißt also, ähm, na gut, 6 Uhr ist jetzt nicht Nacht. Das war jetzt ein dummes Beispiel. 6 Uhr ist genau an der Grenze quasi. Äh, okay, also sagen wir mal, es ist jetzt, äh, 8 Uhr abends oder 8 Uhr morgens. Dann weiß man das mit dem weißen Punkt. Ja, ähm, 48 Stunden Gangreserve ist ein interessanterweise, und das ist jetzt bei Cartier eigentlich hier sehr selten. Normalerweise macht Cartier ja seine Inhouse Uhrwerke in weitestgehend fast allen Uhren. Also die sind von Val Fleurier gebaut, ähm, oder halt von Cartier selber, je nachdem wie komplex. Äh, und die sind in der Gruppe quasi, in der, in der Richemont Gruppe, werden die für Cartier hergestellt. Sehr gute Uhren, interessante Designs, auch sehr robuste Designs. Äh, eine der besten weiblichen Uhrmacher, äh, haben, haben diese, diese, Uhr, Uhrwerke, Design damals, ähm, hab den Namen jetzt leider natürlich wieder vergessen, aber die ist jetzt mittlerweile, ähm, nicht mehr bei Cartier, aber ist, hat diese Uhrwerke dort, äh, sind unter ihrer Leitung entwickelt worden. Sehr robuste Uhrwerke, hervorragend gemacht. 48, aber diese, dieses Uhrwerk von der Dual Time ist kein Manufakturwerk, es ist nicht in-house. Es ist ein, ähm, ein dazu gekauftes Uhrwerk, das basierend auf dem, ähm, Selita SW 330 ist, mit 48 Stunden Gangreserve, ähm, nicht schlecht. Man hat halt diese Komplikation da drauf gebaut, auf das Aufbau, basierend auf dem Selita. Wer das für, äh, Cartier gemacht hat, wissen wir nicht. Das hat man nicht, uns nicht mitgeteilt in der, in dem Press Release oder aber auf der Webseite. Das heißt, wir müssen dann mal schauen, wie das, wo das herkommt, wenn dann ja irgendwer mal das Gehäuse auseinander nimmt. Ähm, sprechen wir über das Gehäuse und das Bracelet, das ist halt beim, bei Cartier einfach absolut, ähm, für mich, ähm, bahnbrechend oder auch einfach wegweisend, denn dort haben wir ein, ähm, ein, ein Armbandsystem, das man also mit einem Quick-Switch, nennen die das bei Cartier, Quick-Switch-System, wo man einfach das also mit einem kleinen Druck des Fingernagels oder des Daumens abnehmen kann. Geht super leicht und man kann sogar jeden einzelnen Link des Stahlbands ohne irgendwelche Werkzeuge, äh, adjustieren, also, äh, verändern oder auch rausnehmen oder dazufügen. Wenn man das einmal gesehen hat, wie jemand das macht, dann fragt man sich, warum in der Welt das nicht jeder macht. Es ist faszinierend. Also, was ich in meinem Leben mit, mit Armband, äh, Verstellungen rumhantiert habe, mit Pin und Sleeve, mit nur Pin, mit Schrauben, mit allen möglichen anderen Sachen, Springbars, äh, und so weiter, Federstegen, ähm, eine Menge verschiedener Sachen, die dort gemacht worden sind von verschiedenen Herstellern, aber Cartier hat's da komplett, absolut, wirklich auf den Nagel getroffen. Es ist hervorragend. Ähm, man kann das Uhr, äh, das, das Armband abnehmen, dann mit seinen Händen ohne irgendwelche anderen extra Werkzeuge quasi das ändern, die Länge ändern, links rausnehmen. Es ist fantastisch. Und die werden, die fliegen auch nicht durch die Gegend. Das heißt, alles ist irgendwie, äh, bleibt zusammen. Das heißt, man schiebt die nur auseinander. Es ist wirklich toll. Also, es ist, ähm, fantastisch und ich finde, da sollte sich jeder ein Beispiel dran nehmen und sagen, okay, entweder nehmen wir Schrauben, die leicht zu wechseln sind, oder halt so ein System, weil das ist, ich finde, da gibt's keine anderen Alternativen für. Das ist einfach das Beste. Und natürlich für die Lugs, also wenn man das An- und Abbaut, ähm, das Brace, das, das, das Armband, halt ein Quick-System auch mit einem, mit einem Pusher. Das ist bei, ähm, IWC auch so. Die haben für viele Uhren jetzt mittlerweile das Quick-Switch-System. Allerdings jetzt als Beispiel wieder für die Portugieser 40 ist es nicht mehr dabei. Oder nicht, überhaupt nicht dabei. Wo ich mich auch wieder frage, was ist da kaputt? Warum, warum haben wir jetzt das nicht dort in diesen Bändern, in diesen Santoni-Bändern? Was ist da passiert? Warum, warum ist das weg? Ähm, ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Welt manchmal nicht bei den Uhrenherstellern. Warum gibt's da viele, so viele verschiedene? Diese ganzen tollen neuen, neuen Uhren, die auf den Markt gebracht worden sind. Man hat es nicht in diese Uhr reingebracht. Warum? Ich verstehe es nicht. Ähm, oder hat man es? Nee, ich glaube es nicht. Ist nicht dabei. Ähm, auf jeden Fall habe ich es bei keiner gesehen. Das müssen wir nochmal schauen bei den richtig tollen, bei dieser ewigen Kalenderuhr. Schauen wir uns das auch nochmal an, ob wir die hier irgendwo sehen. Click Overview. Denn da, denke ich, ist es ja nochmal eine Sache, wenn man nochmal so viel Geld dafür ausgibt, dann sollte es ja eigentlich nochmal besser sein. Also jetzt schauen wir uns mal. Nee, ist nirgendwo dabei. Quick Exchange. Ha. Ha. Sehr, sehr komisch. Aber wenn man zum Beispiel eine Big Pilot sich kauft für 43 Millimeter, dann ja, da hat man das Quick Exchange im Band. Aber ich glaube, die Bänder sind dann auch nicht mehr von Santoni gemacht. Also vielleicht hat das was damit zu tun. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist aber schade. Ähm, bei den anderen Dressuhren, wie zum Beispiel bei der Portofino, ähm, sieht man das auch, dass man teilweise, ähm, das hat. Oder habe ich mich da jetzt vertan? Nee, teilweise hat man dann so Bänder, die haben so einen kleinen, ähm, ähm, äh, Quick Exchange Pin, den man hat, womit man den Feder, Federsteg rausziehen kann. Zum Beispiel die Pointer Date hat das. Die anderen Portofinos haben es nicht. Selbst die 20.000 Schweizer Franken Uhr, ähm, Portofino Complete Calendar hat kein Schnellwechselsystem. Jungs, komm, macht euch dran. Wenn, dann alle. Also ich habe das bei der Mark 20. Da habe ich ein Schnellwechselsystem, glaube ich. Wenn ich mich nicht vertue, muss ich nochmal schnell nachschauen. Ich will ja nichts Falsches erzählen. Ähm, gute Frage, ob es eigentlich bei der Ingenieur auch dabei ist, ne? Das, äh, wäre auch eine gute Frage. Ich denke nicht. Oder? Gucken wir mal auf die Rückseite. Und was sehen wir da? Nein. Auch kein Schnellwechselsystem? Nee, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Nein, kein Schnellwechselsystem. Ganz normale Federstege. Ah, wirklich. Ach, okay. Naja, also Ingenieur, auch da haben wir es leider nicht. Schauen wir mal kurz bei den, ähm, bei der Mark 20 vorbei, weil das ist meine, immer noch, immer noch eine meiner Lieblingsuhren, die ich irgendwann mal gerne haben möchte. Okay, mal sehen. Mark 20, wo sind wir denn? Oh, da muss ich ganz schön weit runter scrollen hier auf der Webseite. Ähm, hm, 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 hm. Hier haben wir es. Mark 20 in blau. Und das Stahlarmband hat, äh, und das sieht nach einem Schnellwechsel. Ja, es hat ein Schnellwechselsystem. Hervorragend. Und es hat auch ein Wechselsystem, ähm, für die, ähm, Pusher, ähnlich wie, äh, Cartier. Ist ja wieder die gleiche Frage. Cartier ist in der gleichen Gruppe wie EWC, in der Richmond-Gruppe. Das heißt, man kann da sich ja mit der Technologie auch gerade bei den Armbändern doch ein bisschen austauschen. Gegebenenfalls haben wir sowieso den gleichen Zulieferer. Wer weiß es? Wer weiß es? Auf jeden Fall, dort hat man das Easy-Exchange-System, ist drin. Ähm, ist super. Auch Fingernagel rein, zack, äh, und das Bracelet geht ab. Und man hat auch diese, ähm, werkzeugfreie Schnellverstellung, Micro-Adjust, mit auf der Schließe bei der Mark 20. All das finden wir bei der Ingenieur nicht. Komisch. Wirklich komisch. Aber na gut. Sei es drum. Ähm, gut, dann haben wir jetzt Patek Philipp. Die haben auch noch ein paar andere Uhren mit diesem, äh, mit diesem Jeans-Strap auf den Markt gebracht. Interessant, das zu sehen. Ähm, ja, was haben wir sonst noch, äh, an interessanten Neuigkeiten, was ich mir jetzt so, was mir so ein bisschen eingesunken ist, wo ich jetzt so gesagt habe, okay, jetzt habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, und das finde ich jetzt immer noch gut oder immer noch, oder wieder schlechter. Ich finde, äh, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, Grand Seco hat irgendwie, ähm, für mich derzeit so ein bisschen so ein Lall. Mein Interesse an Grand Seco ist relativ gering derzeit. Warum, weiß ich nicht. Es sind wunderschöne Uhren, aber die haben sich für mich in den letzten paar Jahren einfach ein bisschen zu wenig entwickelt. Ähm, die sind immer noch schön, das sind aber immer noch fast alles die gleichen Gehäuser, die gleichen Zeiger, die gleichen Indizes, nur unterschiedliche Zifferblätter in verschiedenen Strukturen. Das ist für mich jetzt nicht mehr genug. Man hat ein Highbeat Movement, sehr schönes Uhrwerk, die Spring Drives, fantastisches Uhrwerk. Ähm, aber irgendwie finde ich das so ein bisschen, äh, zu langweilig. Da ist für mich ein bisschen die Luft draus. Entweder brauchen wir ein neues Gehäuse oder neue, ähm, neue Hände, neue Zeiger, also, zu mancher Zeiger, neue Indizes. Irgendwas muss da neu bei rumkommen, denke ich. Da müssen wir was ein bisschen, muss ein bisschen Pepp rein. Nur immer die Ziffernblätter auszuwechseln, ist ein bisschen langweilig. Lasst euch da mal ein bisschen mehr einfallen, bitte. Fände ich schön. Ähm, dann an ein anderes Thema, nicht für, für Grand Seco, sondern für Nomos. Da habe ich ja kurz, bin ich kurz darauf eingegangen in meiner vorherigen Episode, ähm, dass wir da ja diese tollen, ähm, Geburtstags, äh, Blätter haben oder Kombin, Farbkombinationen haben, ähm, für den 175. Jahrestag von, das, 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 von Glashütte, Uhrmacher, Uhrmacherei in, in Glashütte. Und ich denke, diese Farbkombinationen sind super. Das hatten sie ja schon mal gemacht irgendwie vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ähm, und das ist wirklich, wirklich schön. Ich glaube, da sind schon einige von ausverkauft, von diesen Tangente 38 Millimeter Varianten. Ähm, je nachdem, wo man die einkaufen möchte, gibt es die noch, äh, in verschiedenen Farben. Aber ich habe schon einige gesehen, die ausverkauft sind bei einigen, äh, Zulieferern, das heißt, äh, die aus, äh, Herstellern, Konzessionären. Sorry, ich nicht die Hersteller, was rede ich denn da bei Konzessionären, wo es diese Uhren nicht mehr gibt. Die sind schon ausverkauft zum Teil in verschiedenen Farbkombinationen. Es gibt ja nur 175 von jedem Modell, glaube ich, oder 300 von jedem Modell. Ähm, deswegen, beeilt euch, wenn ihr da eine bestimmte Farbkombinationen habt, kosten irgendwie zweieinhalbtausend Euro oder sowas, also zweieinhalbtausend, dreihundert Euro irgendwie was, oder nee, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Ähm, ist eine gute Idee, sich da mit schnell einzudecken, denn es wird nicht mehr viele davon geben und wenn sie weg sind, sind sie weg. Ja, ja, deswegen, und ich finde die halt echt schön. Für mich persönlich ist die, also ich, ich finde sie schön, wer sie, wer diesen, diesen Stil mag. Ich finde die einzige Nomos für mich, die ich wirklich toll finde, ist die Nomos Club Sport Neomatic und die finde ich so schön, dass ich die irgendwann auch mal haben möchte in meiner, in meiner Uhrensammlung. Ähm, ich habe es halt einfach noch nicht geschafft, da für einen guten Preis ein neues Modell irgendwo zu finden, aber ich denke, dass es auch so eine Uhr, die ich nochmal unbedingt haben möchte. Ist ein bisschen langweilig mit dem schwarzen Blatt, vielleicht, aber ich mag es halt einfach, deswegen, egal, ob es langweilig ist oder nicht, ich finde sie schön. Mit dem Stahlband, ähm, eine tolle Uhr, die hätte ich gerne, die Club Sport Neomatic oder Neomatic Club Sport oder wie auch immer sie heißt. Ähm, einfach nur schön. Ja, ich finde die, also für mich ist das einfach die perfekte Nomos. Die Club Sport Neomatic, 42 Millimeter, glaube ich, ist für mich, äh, ideal, 4.000, knapp 4.000 Euro oder knapp drunter. Ähm, ja, schwarzes Blatt oder, und das ist jetzt die nächste Frage, blaues Blatt. Das blaue Blatt sieht auch sehr, sehr schön aus mit dem Sonnenschliff. Ähm, und das neue Band gefällt mir auch super schön. Ähm, da natürlich auch ein Schnellwechselsystem dran mit zwei Pins, die man halt mit dem Zeigefinger und dem Daumen zusammendrücken kann. Sehr gut gemacht. Es ist eine günstige Variante, dann ein Schnellwechselsystem hinzubekommen damit. Hervorragend, Nomos, äh, Gratulation, Chapeau. Ähm, ja, und ansonsten auch ein sehr schönes Modell in Blau. Vielleicht, ja, wahrscheinlich brauche ich den Blau. Jetzt, wo ich mir die Bilder davon anschaue, von der Nomos, äh, Neomatic, Club Sport Neomatic, ach, eine traumhafte, schöne Uhr. Ähm, ja, muss wahrscheinlich dann doch irgendwann in die Sammlung. Mal sehen, ob ich dann irgendwo eine finde für einen guten Preis und dann wird das irgendwann auch mal in die Sammlung reinkommen. Was ich dann allerdings rausschmeiße aus meiner Sammlung, das ist die andere Frage. Ja, aber jetzt sieht man mal wieder, ich rede jetzt über Uhren, die es eigentlich ja schon seit ein paar Jahren gibt. Das ist jetzt eine Uhr, die, glaube ich, 2020 auf den Markt gekommen ist, die Neomatic Club Sport. Äh, und die in meinem, wie sagt man, mein Mindshare, mein Brain hier irgendwie noch dabei ist, dass ich die noch vorziehen würde zu anderen Uhren derzeit, von Nomos, von Neuvorstellungen oder anderen. Das heißt also, da ist einiges auf den Markt gekommen, das mich nicht so anspricht, dass ich sage, ja, dafür lasse ich jetzt meine alten Ideen, die ich habe für meine Uhrensammlung, einfach außen vor, sondern gehe jetzt auf diese, äh, neun Uhren und versuche mich darauf einzuschießen. Das ist ein bisschen komisch. Hm. Ich habe auch noch mal geschaut, ob ich nicht einfach mal, wie so jeder, der sagt, oh, jeder muss eine Omega Moon Moon Watch in seiner Sammlung haben. Deswegen habe ich gedacht, ja, schaue ich mir doch mal die Omega Moon Watch an. Ich finde die gut. Ist eine fantastische Uhr und ich sage, das ist eine hervorragende, ähm, Alternative zur Daytona zum Beispiel, auch wenn man, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte und halt sofort anhaben möchte, mit so viel Historie dabei, mit so viel, ähm, Qualität auch, ist eine absolut fantastische Uhr. Aber für mich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es ist nie dazu gekommen, dass ich die gekauft habe. Selbst damals, dass man die noch für fast den halben Preis bekommen hat, als die heute, äh, Kosten. Es war für mich immer so eine Sache, ja, nee, nee. Ich hatte eine Seamaster, die fand ich besser. Die fand ich sehr viel angenehmer für mich persönlich, aber ich weiß auch nicht. Es sind einige Uhren, die ich absolut schön finde, die ich auch jedem empfehlen würde, aber für mich persönlich sind die halt einfach als irgendwas, was mich da wohl nicht so ganz überzeugt. Für mich persönlich an meinem Handgelenk. Ja, deswegen denke ich, ist das das Wichtigste, auch mit den ganzen Neuvorstellungen. Immer wenn es so viele Neuvorstellungen gibt, ist das eine gute Möglichkeit, sich auch mal in den alten Katalog umzuschauen, all die Uhren, die es schon seit ein paar Jahren gibt, die in der Regel besser verfügbar sind und dann vielleicht auch zu sagen, okay, jetzt, wo ich die neuen Uhren gesehen habe, kann ich bedenkenlos und ohne ein schlechtes Gewissen und ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ich habe irgendwie FOMO, dass ich also irgendwie was vermisse, dass ich irgendwas verpasse, einfach sagen, okay, jetzt kann ich mir die bedenkenlos kaufen und bin glücklich und zufrieden mit dem älteren Modell, das schon länger auf dem Markt ist, was aber einfach die Uhr für mich ist, die ich gerne tragen möchte. Ja, gute Möglichkeit. Oder aber natürlich zu sagen, hey, endlich habe ich die Tudor zum Beispiel, die schwarze Tudor in komplett schwarz und weiß oder die Black Bay GMT, 58 GMT, die ich immer schon wollte oder sogar die vollgoldene mit goldenem Armband, Black Bay 58 mit dem goldenen Armband, auch eine Uhr, die so ähnlich, ähnlich teuer ist, wie die. Moment mal, wie teuer ist die jetzt eigentlich? Muss ich jetzt noch mal schauen. Ich denke, die kostet ja fast so viel wie die Platinum 1908 von Rolex, oder? Müssen wir mal schauen. Oh, ja, kostet sogar ein bisschen mehr. Die kostet 1200 Dollar mehr als die Platinum 1908 von Rolex mit dem Gioche Ziffernblatt drin. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Das heißt also für das Geld, für diese Tudor kann man sich bedenkenlos eine Royal Oak kaufen, wenn man sie zum Listenpreis bekommt, eine Code 1159 oder aber eine, ja, andere goldene Uhren, auch die natürlich von IWC. Oder eine halbe Patek Philipp 5330G. Ja, ja, also es gibt da immer, immer Alternativen. Das ist, das ist der Hammer. Ja, für weniger Geld bekommt man eine goldene, komplette Vollkalender Portofino. Okay, das ist natürlich, muss man, muss man wollen, aber auch die, wie teuer sind jetzt zum Beispiel die, die Kalenderuhren, die ewige Kalenderuhren, wie teuer sind die? 45.000 Schweizer Franken in Gold. Das heißt, okay, ein bisschen mehr. Das heißt, die bekommt man noch nicht dafür. Aber gut, na gut, die Tudor-Variante, wie gesagt, gefällt mir auch sehr gut, wenn man eine golden Uhr haben möchte, die, die ein sportliches, sich gut trägt, sehr hervorragend, ist einfach fast eine perfekte Uhr, die Black Bay 58, finde ich persönlich von der, von der, von der Ablesbarkeit, vom Tragekomfort, absolut fantastische Uhr, finde ich super. Und dann natürlich in Gold mit dem Grün, ist eine schicke Uhr, da kann man sagen, was man will. Aber für den Preis ist es halt ein bisschen viel. Wir haben das gesehen mit der Uhr am Lederband, der, der goldenen Black Bay 58, die gab es dann schon fast für den halben Preis im Sekundärmarkt nach einem Jahr oder so. Weiß ich nicht, ob das mit der genauso sein wird, aber weil die halt sehr viel, natürlich sehr viel mehr Gold hat mit dem Armband. Das heißt, ich denke, der Unterschied wird nicht ganz so groß sein, aber ich denke, nach einer Weile kann man die auch mit einem guten Discount im Gebrauchtmarkt bekommen. Und deswegen würde ich da sagen, ey, warte mal ein bisschen. Ansonsten für das Geld kann man sich auch ein bisschen etwas, eine andere goldene Uhr oder eine Platinum Uhr kaufen von Rolex selber, wenn man will. Da gibt es Alternativen. Ja, also in diesem Sinne, das war so meine zweite Folge von ersten Impressionen. Ich bin immer noch nicht wieder zurück zu Hause, das heißt, ich muss noch ein bisschen schauen, wie ich das alles hier so hinkriege. Aber ich denke, nächste Woche machen wir noch mal eine, gehen wir noch mal auf die ganzen anderen Uhrenmarken ein, die was Neues vorgestellt haben. Ich habe noch gar nicht über Panerai geredet und ein paar andere Uhrenmarken, die es da so gibt, die auch was, tolle Sachen auf den Markt gebracht haben. Zum Beispiel auch die neuen Vacheron Constantin, auch die mit dem grünen Ziffernblatt in Gold. Oh, sind die schön. Oh mein Gott, sind die schön. Allerdings auch. Und wir haben ja auch noch gar nicht drüber geredet. Vacheron Constantin hat mal so ganz nebenbei die komplizierteste Uhr auf der Welt auf den Markt gebracht. Die wurde hergestellt für einen einzelnen Kunden, ist irgendwie ein halbes Kilo schwer, ist eine Taschenuhr, aber die kann man auch nicht in die Tasche stecken. Die ist irgendwie, wie gesagt, ein halbes Kilo schwer, riesig groß. Aber ist halt, der hat die komplexeste, das komplexeste Uhrwerk, das jemals in eine Uhr eingebaut worden ist, mit den meisten Komplikationen. Ein Wahnsinnsteil. Da müssen wir noch mal ein bisschen darauf eingehen in einer der nächsten Folgen. Und irgendwie hat es niemanden interessiert. Wobei das ja eigentlich so die, das, das absolute höchste, die höchste Uhrmacherkunst ist, die man sich vorstellen kann. Die komplizierteste Uhr der Welt. In der Hand. Kann man mitnehmen. Wenn man ein paar Millionen dazu hat. Da haben irgendwie drei oder fünf Uhrmacher für Jahre dran gearbeitet an dieser Uhr. Und Junge, Junge, Junge. Und irgendwie interessiert es keinen. Man sieht das kaum in der Uhrenpresse. Irgendwie schade. Was ist da passiert? Was ist da geschehen? Auf jeden Fall müssen wir da noch mal ein bisschen drüber sprechen. Über die anderen Uhren auch, die auf den Markt gekommen sind. Und dann denke ich, finden wir noch mal ein bisschen Zeit dafür. Alles Gute in diesem Sinne. Lasst es euch gut gehen. Schaut euch die neuen Releases an. Wartet ab, bis ihr die mal in echt seht, in den Boutiquen und bei den Konzessionären. Und dann nicht zu früh die Entscheidung zu fällen, welche ihr haben wollt. Es sei denn, ihr seid schon sicher, was ihr wollt. Dann sofort Telefon in die Hand nehmen, euren Konzessionären rufen und eine buchen. Wenn ihr denn eine der Ersten sein wollt, die sie haben und die zum Listenpreis kaufen möchtet. Und nicht gegebenenfalls wartet für einen Discount. Und das ist ja derzeit möglich für fast allen Uhren, außer den meisten Rolex-Uhren. Also, in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Bis bald und tschüss. Bis bald und tschüss.